Sie möchten einen deutlichen Beitrag zur Klimaneutralität Ihres Unternehmens leisten, doch Ihre Betriebskosten für Strom, Wasser und Heizung steigen von Jahr zu Jahr und Sie wissen nicht, wo Sie ansetzen sollen? Wenn Sie hier keine Transparenz bekommen, sind weder Klimaziele noch operative Kostenreduktion zu erreichen. Ein umfassender und klarer Überblick über alle relevanten Daten und Systeme ist das, was Sie brauchen. Das Fujitsu IoT Operations Cockpit ist Ihre herstellerübergreifende und unabhängige Lösung. In dieser modernen Schaltzentrale laufen die Daten aller Sensoren zusammen. Die künstliche Intelligenz des Cockpits und deren Anomalieerkennung bewertet Daten und tritt in Aktion. In Echtzeit werden Entscheidungen im Kontext aller Betriebsabläufe getroffen. Fällt dem System eine Unplausibilität auf, prüft es, ob eine echte Störung vorliegt oder nur ein normales Bedienszenario. Die künstliche Intelligenz entscheidet dann selbstständig, ob ein Techniker beauftragt werden soll oder ob es eine Maßnahme ist, die auch von einem Ihrer Mitarbeiter ausgeführt werden kann. Aber das ist nicht alles, was das Fujitsu IoT Operations Cockpit für Sie leisten kann. So zeigt es Ihnen auch, welche Fehlkonfigurationen sich über die Zeit eingeschlichen haben. Banal? Ganz im Gegenteil. Stellen Sie sich vor, die Heizung wird auf 22 Grad eingestellt und die Klimaanlage auf 18 Grad. Das Licht brennt auch am Sonntag. Die Luftschleieranlagen am Eingang pusten die Nacht über durch. Anstatt Problemen hinterher zu laufen, wenn es schon zu spät ist, können Sie mit dem Fujitsu IoT Operations Cockpit proaktiv handeln. Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft und geben Sie Ihre Sorgen ab. Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft und geben Sie zu dem Fujitsu